Willkommen in der Scalable Investor Corner. Christian, ab wann bin ich eigentlich Investorin? Wie viel Geld brauche ich dafür? Zum Glück muss ich nicht mehr reich sein, um investieren zu dürfen. Ganz im Gegenteil, ich kann schon mit einem Euro pro Monat loslegen, mit einem Sparplan auf einen ETF, beispielsweise auf globale Aktien breit gestreut, partizipieren am Wachstum der weltweiten Wirtschaft. Einfach, transparent, fair, kostengünstig. Die ideale Option für alle, die einfach mal loslegen wollen mit dem Vermögensaufbau. Kosten sind beim Kauf und Verkauf ja ein wichtiges Thema. Kannst du dich noch erinnern, wie viel du damals für deinen ersten Trade bezahlt hast? Tja, lang ist es her. Es war ein Prozent der Kaufsumme damals in den 90er Jahren und dazu 50 Mark Mindestprovision. Heißt also, als aktiver Anleger hatte man da überhaupt keine Chance. Klingt nach einem richtigen Renditefresser. Wie sieht das denn jetzt heute aus? Ja, heute gibt es so etwas wie die Scalable Trading Flat Rate, wo ich für weniger als 5 Euro im Monat unbegrenzt handeln kann. Egal ob Erstinvestor oder aktive Traderin im Web oder in der App. Einfach und kostengünstig investieren, das geht mit Scalable.